Hallo Minecraft-Freunde, weiter geht's in Project Ozone 2 Reloaded. So, und wir haben vorhin, als wir hier gestartet sind, also als wir hier gejoint sind, hatten wir ganz, ganz viele Slimes. Und ich hab jetzt vor, erstmal so ein paar Sachen zu öffnen, aber erstmal brauche ich Platz im Inventar. Das heißt, ich packe mal hier so ein paar Sachen hoch, dass ich hier so ein bisschen Platz habe. Hätte gern schön gespielt. Gut, äh, warte mal, ähm, nein, ich möchte ganz gern irgendwie komischer Kram, nein, hier war doch irgendwo so eine Truhe, wo nur Krimskrams drin war. Was kann man denn eigentlich mit dem Öl machen, Daffi? So, äh, da ist nur Krimskrams drin, dann packen wir das mal rein, das auch, ähm, hebelig können wir auch da reinpacken, Pfeile. Das ist auch als Treibstoff, um diesen in der Gafanagi, was wir da zu einem anderen Planeten fliegen. Oh, andere Planeten. Da sind wir noch weit davon entfernt. Oh, ich will, ich will zu Ehren, das ist irgendwo hinter Bluto. Da haben wir schon wieder so ein Schwert. So, ich will erstmal wieder ein bisschen Zeug loswerden. Daffi, ich will hinter Bluto. Das muss dann später auch noch sortiert werden. So. Was ich jetzt machen wollte, erst mal. Oh, machen wir weiter. Moment, ich glaube, ich brauche sogar mehr davon. Dieser Raycan. Sehr schön, wenn wir da noch so, so, so ein Dings dabei hätten. So ein Würfel. Warum geht denn das jetzt nicht? Ist der Bagecher? Ja, oder ist Bagecher. Okay, irgendwie geht, kann ich den Lootback nicht öffnen. Der Gleidiamant. Okay. Was ist komisch? Hier haben wir noch eine Hose. Ach, ich habe Diamanten einstecken, deswegen habe ich keine Ahnung. So, noch ein Schwert. Was ist das denn? Shocking Diamond Vent of Hermes. Keine Ahnung. Was auch immer das ist. Ich habe keine Ahnung. So, jetzt muss ich erstmal hier wieder dran. So. Machen wir das mal da rein. Ich gucke mir erstmal mehr Koppel. Ich gucke mir das aber gleich nochmal an, was es genauer ist. So, das ist voll da jetzt. Wenn ich jetzt dich hier... Also, Chance Cubes habe ich bis jetzt keine. Nicht aus den Lootbacks. Habt ihr irgendwelche Chance Cubes gekriegt? Achso, ich habe meine noch gar nicht geöffnet. Ich habe nämlich das Inventar eigentlich rammelvoll. Oh, ähm... Warte mal. Du hattest doch hier irgendwo... Das Erde... Erde... Ähm... Das gibt's... Da sind welche drin. Ähm... Warte mal. Hier war doch irgendwo Brüstungen... Leute! Was ist ein Redstone? Was denn? Du wirkst so gestresst, wie das? Ja, ja, ja. Ihr stresst mich übelst. Dann lass dich einfach nicht stressen. Oh, hab ich das jetzt ins Falsche reingesetzt? Werkzeug, Werkzeug, da. Die Werkstoffe sind das. Geh ich jetzt durch den Mund raus? Haben wir hier irgendwo... Werkzeug? Okay. Hast du das nicht gerade eben schon gefragt? Welches Werkzeug wird's denn? Ich will... Ich will was loswerden. Und das will ich in die richtige Truhe tun. Das sind Waffen, Werkzeuge, da. So, da, äh... Da hab... Das da war das. Das ist schon mal üblich. So, äh... Dann will ich mal gucken... Die Hose, was ist das eigentlich? Ich... Speedboost, wann... Equipped, äh... Das heißt, da wird man dann schneller. Ja. Dann Protection 3, Haltbarkeit 210. Naja, das wird nicht... Ist nicht so, der Bringer. Da hab ich Protection 6. Dabei halte ich die an. Die andere Hose mach ich bei Rüstungen rein. Hatten wir doch auch hier irgendwo. Mh, nö, so geht das nicht. Rüstungen, genau. Das mit rein. So, dann haben wir... Das mit wegnehmen. Äh... Haben wir hier irgendwo Kohle? Ja, stopp den da! Daffi. Daffi, mach leise! Äh, haben wir hier irgendwo Kohle? Vielleicht irgendwo, wieso? Was brauchst du? Ich hab wieder einen Ember. Äh, ich will da Minikohle reinmachen. Äh, du, einfach bei Werkstoffe. Jö, das sind auch Minikohle. Äh, Werkzeug. Warte mal, komischer Kram. Da kann ja noch das mit rein. Da kommt solche technische Sachen rein, von denen wir überhaupt keine Ahnung haben, was es ist. Zombiehaut ist mal Blut. So. Das mach ich auch mit da rein. Das auch. So, dann hol ich mir die Lave hier jetzt mal raus. Gut, das sollte gehen. Dann, äh, hier, das hier. Was macht das genau? Poses Lightning when interactive with entities allows sneaking on air and help. So, dann hab ich... Ja, Sumometers. Das ist das gleiche, was du hast. Keine Ahnung. Ey, hier sind noch Lootbacks, die machen wir alle auf. So, ich schmeiß das jetzt einfach mal kackenfrech da rein. So, dann Lootback. Dann müsste... Machen wir mal auf. Da haben wir noch Rüstungsteile dann. So, da haben wir noch diesen Quatsch. Ich hab keinen Chance Cube gekriegt. Okay. Ne, ich auch nicht. Okay, ich muss dich hier hinstellen. Aber wir haben ja noch sechs Chance Cups im Dings. Können wir dann gleich noch aufmachen. Mehr, mehr hab ich nicht. So, irgendwo hatte ich da Mob Loot. Ich will das mal so ein bisschen mindestens dort hier. Ach, diese blöde Lava. Was macht ihr denn? Ach, Daffi, du versuchst dir wohl so gerade dieses Ding zu automatisieren oder was? Oh, das ist Mob Loot. Ähm, das ist Mob Loot. Was haben wir hier noch? Na, ich mach das woanders. So, ich denke, sonst ist hier kein Mob Loot. Dich kann ich wegkauen. Dich kann ich wegkauen. Ja, noch nicht. Dich kann ich wegkauen. Ähm. Ähm, Werkstoffe hatten wir doch hier auch irgendwo, Werkstoffe, genau. Äh, okay, da können wir eigentlich das noch mit dabei packen. Das Werkstoff ist, ist das Werkstoff. Ähm, da, das machen wir auch mit da rein. Das da auch, ähm, das da. Ja, den mach ich auch mal da rein. Schwarzer Lotus mach ich auch mal mit da rein. Äh, das sind Pflanzen. Haben wir hier irgendwo Pflanzen? Daffi, hier stehen noch zwei sehr unaufgeräumte Truppen. Oh, jetzt hab ich das Falsche genommen. Sind nicht von mir. Wurde nur die Schneebälle loswerden. Kann gar nicht sein. So, ähm. Haben wir hier irgendwo, irgendwo Pflanzen? Jammer, ne Kiste. Ich hab zwei Chance-Cups. Ja, das ist ja schlecht. Ja, hier gibt's Samen und hier sind Daumsetzlinge. Was? Wo? Hier, bei der Frau. Äh, Damen? So, da mach ich die mit dabei. Und die? So, dann muss ich nochmal bei Rüstungen. Das war, ey, das war da doch irgendwo, ne? Ja, die Rüstungen waren da drin. Also so langsam, so langsam, so langsam komme ich dahinter, was wo ist. So, was ist das denn? Food Saturation. Equipped Fills Hunger and Half Empty. Ja gut, das brauche ich jetzt nicht, da habe ich schon was an. Was ist das? Damage Resistant. One Equipped. Hinsetze. Äh, Heals for Half Heart. Äh, da habe ich schon was ähnliches. So, dann, äh, wo war nochmal das komische Zeug? Wo keiner weiß, was es ist. Draußen. Komische Kram, genau. So, da packen wir das da mit rein und das da. So. Ähm. Dann, dann Rüstungen, Rüstungen. Hör doch. Wo habe ich schon wieder eine Feder? Dann müsstest du. Das ist Mobblut dahin. Oder? Mobblut da. So. Dann Rüstungen. Da mit rein. Hm. Werden wir wahrscheinlich nie brauchen, diese Eisenrüstung, aber das ist egal. Mach's da rein. Dann, äh, Rohstoffe, wo war das? Zeuge. Äh, Essen. Ähm. Deine Chance. Ups. Was war denn das jetzt? Noch eins weiter? Näher. Nee, das, das ist, äh, Portugal. Werkstoffe, da haben wir es doch. Ähm. Eisen mit dabei. Ähm. Warte mal, nee, Eisen, Eisen behalte ich mal bei. Mir. Ähm, aber das kann ich da mit rein tun. So. Sollte vielleicht mal für Essen wieder sein. Nein. Ich hab nicht mehr viel. Das kann man auch mit da rein machen. Ich wusste, dass das passiert. Im Grunde auch ein Werkstoff. So. Naja, wir haben ja unten genug. Hm. Ja, wo ist die nächste? Warum kann ich die nicht noch essen? So, jetzt geht's. Gut. Oh, ein Zombie. Ein Zombie. Zombifizieren wir dich. So, zombifizieren. Ich hab' es sehr fast spät. Ähm. Ich hab' wieder Lutbeck. Und irgendeinen blauen Lapis-Nazuli-Helm. Ja, nee, ist klar. Schön. Hilfe. So, äh, da, hier. Schauen wir uns erstmal hier so schön den Bauch voll. Werd bombardiert mit Schneebellen. Ich glaub' ich glaub' ja mal. Äh, äh. Ist mein' Nee, unten. Also, ich bin's jetzt grad nicht. Oh, das schaut doch schön aus, so. Äh. So, bald müsste er ja satt sein. Ist er. Gut. Bin ich voll gut. So. Dann haben wir auch wieder Futter. Okay. Weiß nicht, ob wir da noch was anderes draus machen, diesen Sachen. Da werd' ich auch gleich noch mal gucken. So. Beim Haus sollte ich vielleicht auch mal weiter bauen. Blödliches Haus. Äh, das, was ich da grad am Bauen bin, eigentlich. Wo ist denn das? Ja, nee, ist klar. Ach, ach, das soll ein Haus werden. Das soll ein Haus werden, ja. Im Moment sieht sehr aus wie eine Art, wie eine Mischung aus, äh, aus, äh, Gumm, Gummibaumholz und, äh, Wiese. Ja, das ist schön. Sag mal, Duffy, was wird denn das für ein Unfall? Was denn? So. So schön. Ja, alles hier. Eigentlich sollte das jetzt... Mal ab. Ach, Moment, da fehlt ja noch was. Wie gesagt, ich würde ja gleich mal gucken, ob wir da was anderes zu essen draus machen, was mehr heilt. So, mach mal. Ja, Mann! So. Uh. Ja. Äh, nee, also so geht's nicht. Warte mal. Uh. Geht zwar da drauf, aber was kann ich daraus machen? Dich. Dann müsste ich dich da hinten heransetzen können. Rezepte. Äh, warte mal, das war O, ne? Genau. So, äh. Ultimate 2. Schön. Man kann noch andere Sachen daraus machen, aber, äh, das ist alles recht teuer. Ne, dann behalten wir das so. Guck mal, ich muss das wieder einschalten mit O. So, O, genau. War das wieder an. So. Mach mal so. Dann... Habe ich noch was von dem Holz? Ne, habe ich natürlich nicht mehr. Aber ich könnte noch mal bei Rüstung gucken. Da könnte ich noch mal... Äh, könnte noch einer hier noch mehr Truhen für, für Dinge herstellen? Ich habe gerade alles voll. Ja, wir sollten das sowieso mal umsetzen, das Ganze. Ja, wo willst du denn mal aus hier das Lager bauen? Äh, das Lager? Ich habe keinen Plan. Du hast sowieso schon alles hier vollgeballert, äh, geballert mit irgendwelchen Zeug. Das ist noch nicht mal mehr ein richtiges Haus. Äh, wohin die Truhen? Äh, äh, na hier bei der Werkstoffe natürlich. Nein, nicht in den Eingang, Leute. Nehmt es aus dem Eingang raus. Natürlich hier bei Werkstoffe. Nein. Kann hier noch welche hinsetzen? Nein, ja, direkt dort, wo die sind. Leute, die oberen Truhen müssen da mal weg. Die oberen Truhen müssen da mal weg. Apropos, mein Schwert hat sich vorhin auch geöffnet. Komm, haben wir nicht den Schesttransporter? Direkt hier soll so lange nicht hier dran, Daffi. Hey. Ähm. Ja. Keine Ahnung. Ach, Skulli. Weil das kann man nicht noch zusätzlich verzaubern, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich sollte mir dafür normales Wasser holen. Haben wir Zauberbücher, ja, Mann? Äh, musst du gucken. Muss ich gucken, toll. Wenn ich wüsste, wo ich da gucke. Oder warte mal, vielleicht können wir ja... Geht das? Nein, das geht nicht. Ja. Okay, gut. Versuch was wert. So, was ist das eigentlich? Iron Pickagg? Ähm. So habe ich eine Eisenspitzhacke. Wo ist meine andere Spitzhacke? Jetzt wird es wieder nicht funktionieren, genau. Äh, mir fehlt irgendwie eine Spitzhacke, glaube ich. Egal. Äh, kein Blatt. Ach nee, ich war jetzt mit Gedanken wieder bei Meduya-Kraft. Nee. Da hätte es mir viel genutzt. Aber ich glaube, wir haben sowas gar nicht. Äh, wollen wir in der nächsten Folge dann erstmal wieder ein paar Chance-Cubes öffnen? Ja. Das wäre gut. Aber ich will jetzt erstmal mal gucken. Äh, da... Ah, warte mal. Genau. Verzaubern wir Bücher. Vielleicht geht es dir dann an. Dann werde ich mal am Amboss probieren. Ob ich dann Verzauberungen auf das Schwert noch mit draufpacken kann. Äh, wo habe ich denn jetzt? Ja da. Ah. So, auch nicht schlecht. Aber da finde ich nicht das, was ich wollte. Irgendwann bekomme ich das schon hin. Eigentlich 12. Ich habe doch ein viel höheres Level. Äh, ach so. Haben wir noch Bücherregale? Ey, lass das! Haben wir noch Bücherregale? Äh, bestimmt haben wir irgendwo welche gefunden. Weil ich hätte gerne noch weitere. Nee, das sind ja alles Rüstungen. Da ist der Quatsch drin. Also ich könnte noch ein paar Bücherregale gebrauchen. Warte, 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 warte. Ich habe Bücher. Bleib doch mal stehen. Äh, wie viel hast du denn? Das ist, äh, sehr wenig. Gut, aber ich probiere mal. Weil, äh, sonst, äh, kommen wir da nicht allzu weit. So, erstmal hier, das machen wir zu Holz. Dann war, glaube ich, äh, wie war das nochmal mit dem Bücherregal? Ich guck mal die. Äh, B-Ü-C-H. Ah, natürlich ist es jetzt Eis geworden. So. Genau. Komisch. Ich habe noch ein Buch. Ähm. Gut, dann setze ich das mal hier so hin. Hoffe, dass es jetzt höher geht. Und kommen wir zu normalen, weißt du? 16. Federfall. Toll. Nein, das wollen wir nicht. Aber ich mal, ähm, warte mal. Äh, darf ich, hast du noch Holz für Drohnen? Nee, wahrscheinlich nicht. Nö. Ähm, ich mach mal hier. Da brauchst du das Holz sowieso für die nächste Folge, weil ich will ja auch da mal weiter bauen. Vorne war eine Workbench. So, dahin. Doppeltruhe für, äh, Zauberbücher. Natürlich eins zu. Die packe ich hier in die Ecke. Dahin. So, ich habe hier noch eine Truhe hingestellt für verzauberte Bücher. Die steht hier so in der Ecke, ne? Dahin bringt es mir auch nichts. Ein Level könnte ich vielleicht auch noch bauen. Okay, aber ich würde sagen, wir machen weiter in der nächsten Folge. Ich sage bis dahin. Und tschüss. Tschüssi. Tschüss.